Lass uns Extras labern. Extras hab ich drin. Oh, ganz kurz, mein Essen kommt. Sorry, Verbot. Ich hab Korb Combat Holo Zeit. Soll ich VLK nehmen? Was ist besser? Ey, das hört sich jetzt ein bisschen abgehoben an, aber ich glaub, es ist ne Heli auf meinem Haus gelandet. Digga, es ist so laut. Ich weiß nicht, was es ist. Digga, es ist so laut. Digga, ich dachte gerade, was geht hier für ein Film? Ich hab mich jetzt gar nicht getraut, rauszugehen. Ich musste kurz runtergehen, weil die Tür unten nicht aufging. Road, keine Ahnung, was es ist. Es ist schon den ganzen Tag. Es ist übertrieben laut. Oder was? Digga, hab ich so oft Essen bestellt, dass Lieferando sich inzwischen Heli leisten kann, oder was? Was geht denn jetzt für ein Film, Alter? Was geht denn jetzt für ein Film, Alter? Was geht denn jetzt für ein Film? Was geht denn jetzt für ein Film? Was geht denn jetzt für ein Film? Was geht denn jetzt für ein Film?